Jan Josef Liefers zieht sich blutige Verletzung zu. Ja, das Fahrradfahren kann auch schon mal in die Hose gehen. Und aufs Knie. So passiert bei Schauspieler Jan Josef Liefers, 56, der jetzt ein recht blutiges Foto teilt. Jan, ein Knie ist auch nur ein Mensch. Der Schauspieler mag zwar den festen Sitz auf seinem Fahrrad verloren haben, nicht jedoch seinen Humor. Via Social Media teilt er nun ein blutiges Malheur. Zu sehen, sein blutverschmiertes Knie. Dazu schreibt der Verwundete, ein Knie ist auch nur ein Mensch. Tag 2 gestern überraschte mit tiefliegendem Gullideckel. Mal schauen, wie es heute läuft. Schauspieler und Hobbyrennradfahrer Jan ist Hobbyrennradfahrer und mischt bei der Tour de France mit. Wenn er sich nicht gerade auf den Sattel schwingt, stellt er sein Talent in Produktionen wie den Tatort unter Beweis. Es sei denn, er fällt durch einen unglücklichen Radsturz kurzfristig aus, was ihm erspart bleiben möge. Schauspieler und Hobbyrennradfahrer Jan ist Hobbyrennradfahrer und Hobbyrennradfahrer. Schauspieler und Hobbyrennradfahrer